Jo Leute, was geht ab? Ich bin's der Tepsi und ja meine Freunde, heute habe ich mal ein Light-Team für euch. Was ist das meine Freunde? Und zwar, wenn ihr in Pokémon Schwert und Schild auf den Menüpunkt Versus drückt, aufs Kampfstadion geht, könnt ihr euch da Light-Teams für eure Online-Competitive-Kämpfe ausleihen. Und ich dachte mir, ey, machst du mal ein Team aus den besten Evoli-Entwicklungen meiner Meinung nach. Dabei haben wir Filinara, Blitzer, Nachtara, Psiana, Aquana und Flamara. Und das ist das Team, meine Freunde. Ich habe versucht, von jedem Typus bzw. von jedem Stat ein spezielles Evoli zu bringen. Das heißt, dass ich zum Beispiel ein tankiges Evoli habe, ein offensives, ein speziell offensives, ein normal offensives, dann ein speziell defensives, ein normal defensives und ein schnelles. Also, dass jeder Stat sozusagen abgedeckt ist. Und in diesem Team, finde ich, ist alles abgedeckt und ich stelle euch das Ganze jetzt mal vor. Fangen wir an mit Filinara. Wir spielen Filinara mit Feenschicht, damit normale Attacken zu Feenattacken werden und die auch verstärkt werden. Auf den Attacken haben wir dann, bei den Attacken haben wir dann Psychoshock, Schallwelle, Spukball und Magieflamme. Und das Ganze spielen wir mit 252 in den HP und 252 in den Angriff. Ja, einmal tanky, aber trotzdem auch offensiv. Ja, also, ich finde, die Attacken sind sehr, sehr gut. Wir haben hier eine Magieflamme, welche Attacke neu ist, die gegen Stahl-Pokémon hilft, wogegen Filinara anfällig ist. Aber, ja, das müsstet ihr ja eigentlich selber wissen. Kommen wir zum nächsten Pokémon, und zwar Blitzer. Blitzer spielen wir mit Voltab sauber, damit es halt keine, ja, Elektro-Attackenschaden bekommt. Ganz normal offensiv, also speziell offensiv mit den 252 im Spezialangriff und den 252 in den Initiativwert. Blitzer, eins der schnellsten Pokémon, sozusagen das Init-Pokémon dieses Teams mit Donnerblitz, Voltwechsel, Spukball und Toxin. Also eine ganz normale Coverage auf ihn. Und kommen wir zum nächsten Pokémon. Zum ekligsten Pokémon meiner Meinung nach, und zwar zu Nachtara mit Synchro, Schutzschild, Monshine, Toxin und Schmarotzer. Mit 252 in der HP und 252 im Spezial-Defensiven. Wirklich ein sehr, sehr gutes Set, deswegen auch sehr, sehr eklig. Man braucht wirklich ein, ja, ein physisch-offensives Kampf-Pokémon, um dieses Nachtara ordentlich zu hitten. Aber auch so mit Schutzschild, Monshine, Toxin, also das Mon ist wirklich sehr, sehr stark und ein Pflicht in einem Evoli-Team. Kommen wir zum nächsten Pokémon, und zwar zu Psyana. Bei Psyana haben wir ganz easy Magie-Spiegel, Psychokinese, Spukball, Zauberschein und Schlafette sind die Attacken. Ganz normal, speziell, offensiv auch. Und ja, das ist sozusagen der spezielle Angreifer des Teams mit 252 auf der Innere und 252, sorry, dafür, auf den Spezial-Angriff. Dann haben wir noch Aquana, unser Wasser-Pokémon des Teams mit H2O-Absorber. Also wieder, wie bei Blitzer zum Beispiel mit Volt-Absorber, dass wir keine Wasser-Attacken-Damage bekommen. Dann haben wir das Ganze ganz normal mit Seelwasser für den Burn, der vielleicht kommen könnte. Dann noch Wunsch-Traum, Schutzschild und Toxin, defensiv, also ganz normal defensives mit 252 in der HP und 252 in der normalen Defensive. Aquana hat zwar nicht so hohe defensive Stats, dennoch wird es mit Schutzschild, Wunsch-Traum und Toxin ordentlich eklig. Kommen wir zum nächsten und auch zum letzten Mon dieses Teams. Und zwar Flammara mit Feuerfänger, genauso wie Aquana und Blitzer mit der Feuer-Protection sozusagen. Mit Flammeblitz, Kraftkolotz, Rukizuki und Nitrolasung. Da haben wir einmal 252 im Angriff und 252 in der Initiative. Das heißt, ein ganz normal physisch-offensives Flammara. Flammeblitz natürlich die höchste Step-Attacke, die es haben kann im physischen Raum. Dann Kraftkoloss, eine gute Coverage. Rukizuki natürlich für die Prio, für den First-Typus, für den ersten Schlag und Nitroladung. Einfach um die Initiative nochmal ein bisschen zu boosten und mit Flammeblitz ordentlich zu rasieren. Und das, meine Freunde, war das Evoli-Team. Ich habe euch das Ganze vorgestellt. Ich habe euch das Ganze nochmal auch in die Beschreibung getan. Und ihr müsst einfach diesen Code eingeben beim Menü versus und dann einfach da bei Light-Teams eingeben, meine Freunde. Ich bin der Type-C und sage nur, haut da rein. Das ist mein Evoli-Team und wir sehen uns dann das nächste Mal. Peace out.